Josef, schau, was gekommen ist, die Post für die Musik. Ja, tu mal auf. Auch der Bochoma, Franzi, hat uns nominiert für die Zillertal-Challenge für die Uranger-Musik. Ja, aber die müssen wir ja auch gründen jetzt. Ja, nachher gehen wir, packen wir, oder? Bist dabei, ja, dann gehen wir hier. Ja, passt. Was wir weitergehen. Ich bin jetzt nicht gebacken mit. Hey! Ja, was? Wir haben nominiert für die Zillertal-Challenge für die Uranger-Musik. Ja, das muss ich drinnen. Ich habe gesehen, wo du Scheiß draus machen. Ja, ich finde, macht. Ich weiß nicht, wo ist die Bootelein? Ja, passt. Koch mal, fein als Feuer. Ja. 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 Ja, ich weiß, wo es jetzt gekriegt, Amanda. Ja, erzähl. Ja. Die Feindlichen Staten von Amerika möchten Sie gründen. Kennst du eigentlich dieses Viechstel? Ich nicht. Ja, anscheinend. In zwei Jahren möchten Sie es zusammenbringen. So. Der ganze Haufen Bananen, die stränten. Ja. Das müssen wir raschen. Ja. Das machen wir mal. So, ich bin in der Eigentlichkeit. Aber jetzt sind wir weiter mit Kochen. Schmeiß aus, Hans. Grüß dich, Mann. Grüß dich. Grüß dich. Warum kocht er? Na ja, ich habe ein Fieswacht ganz passend Unglück. Wir würden jetzt die Udangan-Musik gründen, wenn es der Weid hat. Geh einfach, geh. Ja. Wenn wir jetzt nicht wissen will, was so ist. Auf die Gründung der Udangan-Musik. Auf die Gründung. Was haben wir denn heute? Am Ochtsauflauf hier. Ich habe es ja nicht auf dem Weg heute. Jetzt möchtest du es nicht glauben. Wir gründen eigentlich die Udangan-Musik. Oba. Ich habe es ja konzentriert nicht. Was? Auf dem Dänzring. Was? Dein Ringer. Mix Home. Wir haben es ja. Probier ich, ein brauner Beckel. Ja. Das ist halt jetzt mal so. Ja, ich habe den Mix aber gleich nicht gerne. Gonna nicht Sie oberen sich. Meeting des YouTube- overviewsides. Atme war es nicht so. Das ist halt jetzt mal gar nicht alle. Na das الله. Die Prophet st 21. Wir möchten jetzt noch Bochumer Franz mit seiner Familie für die Nominierung recht herzlich bedanken. Ich glaube, wir haben einen netten Täter gehabt und in weiterer Folge dürfen auch wir jetzt ein paar nominieren. Wir, die Bundesmusikkapelle Udans, möchten gerne die Bundesmusikkapelle Aschau nominieren. Weiters nominieren wir die Bundesmusikkapelle Stumm und die Bundesmusikkapelle Bramberg. Ich habe jetzt alle zehn Tage Zeit, um ein Video zu veröffentlichen. Wenn Sie das nicht jetzt, müsste der Udang an Musik eine Grillerei spendieren. Sonst tun ich eigentlich mit den Stücken da. Glück auf und bleibt es gesund. Die Bundesmusikkapelle Bramberg Die Bundesmusikkapelle Bramberg Die Bundesmusikkapelle Bramberg